Ach guck mal da. Ach du Scheiße, äh. Rück zu, dann baue ich nicht mehr hoch. Oh Scheiße. Rüpp Anti. Auch hoch. Ja, komm mal rüber. Du kannst auch einfach an die Wände bauen, also hoch springen und dann... Ja ne, lieber sicher. Okay, große Bäume. Ich wollte keinen Trank trinken, aber dankeschön. Oshid. Hol dir den Stern. Eins, ein Stern. Nein. Warte. Ja. Alles klar. Schaffst du's schon. Ja, natürlich schaff ich das. Ich hole mir den Stern, jawohl. Welche testen wir das nochmal? Dass er die Fackel automatisch raus holt? Steigerung. Äh, shift meine ich. Ah, okay. So, Sterne sind gut, Sterne sind wichtig. Und hier ist die nächste Wüste. Machen wir so eine Expedition eigentlich in der Nacht? Weiß ich nicht. Ach, das ist ja. Ach, das ist ja nicht mehr wirklich Nacht, das wird ja langsamer hell. Ja, was nur lang Nacht ist, brauchen Picher. Ja gut, jetzt stimmt. da habe ich keine linse natürlich nicht ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, der grund warum wir hinter den linsen seither sind wir brauchen sechs stück von denen für den ersten boss, um den zu beschwören ich bin schauen, ich habe euch nichts getan oh, what the ok nice, ich habe drei sterne damit kann ich mir jetzt so ein monarkristall machen multi, was kannst du eigentlich ja, wenn du mal hier hinkommst, dann weißt du warum alter was da gerade für ein flash mob war an zombies oh, hier drüben fängt aber erst eine korruption an das ist in der hälfte der map oh, das sollte ich nicht hinrennen das auch ja, ich habe mal body der mir hinterher fliegt boah, unter dem slime durchgelaufen war es ach guck mal, es ist der tag also hört man eigentlich nur an der musik man kann es nicht wirklich äh, an dem an dem video raus erkennen beziehungsweise sei da ein bild sondern wirklich ich erkenne es zumindest nur an der musik weiß nicht, wie es bei dir ist ja, das keine ahnung alles gut ich krieg dann irgendwann mal mit oh, es ist ja hell und dann ist gut ja, das war jetzt klar, dass das nicht reicht aber ich komme nämlich mal wieder zurück weil in die korruption will ich nicht reinrennen alles klar oh nein, geier geh spider-man jagen ich habe mal deine ganzen münzen dabei im übrigen team join, ne, fällt mir gerade wieder ein oh ja, boah, das äh äh, 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 da da sind Hase er ist ein ich will wieder dieses geile banner haben oh ja, weniger schaden gegen hast also das Wasser da das darf ich jetzt mal erklären hier fließt das Wasser runter und der Strom geht von hier nach da ach so ja das macht keinen Sinn also ich erwarte jetzt bei so einem Spiel keinen Realismus, ne aber irgendwie ein bisschen das heißt aber natürlich auch wenn wir eine Höhle haben wollen heißt es nach unten graben oder noch weiter ins Eisgebiet rein jetzt ist die Frage das lohnt sich mehr ich würde erstmal ins Eisgebiet gehen alles klar auf Erkundungstour weil solange wir halt eine Höhle haben warum die nicht erkunden und wenn ihr halt bis und weiter nach links geht dann geht ihr ins normale Gebiet rein äh, du siehst den Schleimler der gerade in der Wand war die müssen aber schon tief runtergegangen, oder? die müssen aber schon tief runtergegangen, oder? aber easy hier war nämlich die Kiste hier beispielsweise weiter oder auch nicht das ist jetzt hier natürlich ganz binnen mit dem Eis muss ich aufpassen ja gut, ich hab halt auf dem Eis Traktion ja, ich nicht ich bin wie der Ferrari vorhin hier war die Giftwelle hier war die Giftwelle, die ich vorhin schon nicht gesehen hab ich bin schon wieder Edelsteine ich bin wieder Edelsteine ja, 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 haben wir aber Glück hier, du und hier schon wieder Topassel, also wir können schon einen Enterhaken machen Slime, geh weg, du Monstrum das ist jetzt interessant hörst du den Sound, hörst du den Sound auch, wenn etwa dass eine Tür kloppt? ne ah doch, lol das ist unser rechten, ne? mal gucken, ob wir da irgendwie hinkommen weil die Höhle geht ja noch weiter au jetzt geh weg da unten sind die Schweden ach du scheiße wir gehen mal rechts weiter hier kommt man ja durch wenn ich das sage da rechts ist Wasser da geht die Höhle auch weiter danke da unten bin ich nämlich gestorben an den Eisfedermäusen ähm so ähm so ich stehe auf den Wix ja guck mal, da ist es doch da ist es doch eine Kiste da ist es doch eine Kiste guck mal, Schlittschuhe, kannst du da haben äh ich habe sie nach rechts geworfen äh ich habe sie nach rechts geworfen weißte sie wird doch gerade aufgesammelt ähm äh so soziales accessoire ich stehe hier los äh soziales accessoire ja äh äh soziales accessoire heißt aber, dass du den Effekt nicht hast also du musst du schon ganz nach rechts ziehen ja da ist schon wieder Edelstein, aber Rubine braun war nicht mehr so ist ja nicht schlimm so je mehr desto besser ähm wird es schlecht, da unten ist der Tod da links ist der Tod hier ist eine Kiste, die ich noch mitnehme oder du überall lauert der Tod ja wirklich schlimm die kein Problem geht's ich mach dich nice was ist oh oh ich leuchte ach so Aua ich bin George RIP Andy ja oh nein ja jetzt kommt ein Eisfilter jetzt kommt alles auf mich also geh weg oh ich leb noch 2 AP ja noch ne easy peasy oh das heißt jetzt aber warte mal wenn ich mir die Rubine hier rausnehme kann ich mir jetzt direkt den Zauberstab machen direkt? direkt und der haut sogar richtig Schaden rein 24 ja easy meiste Folge 1 wir kommen schon direkt weiter als wahrscheinlich in der letzten Season insgesamt ja so ja so ja aus LED Rüstung zu machen ist wahrscheinlich einfach nur Verschwendung oder? äh ich glaube ja mach ich mir aus dem LED mal ein Schwert tu dies damit ich im Nahkampf nicht komplett untergehe ich erkunde mal weiter ja ich buddel mich jetzt hier aber nach unten damit unser Guide der nämlich zum kacken ist hier nicht reinfällt schräg 18 so ja komm her Fledermaus komm 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 die Fledermaus ist echt so doof zu kacken ich weiß ja nicht ob der Guide hier durchfällt durch die Dinger deswegen ah ne tut er gar nicht dann kann ich ja den Rock hier weg machen boah die Tostivores ich kann ja mal eben gucken also auf der Höhe war ich und ich bin jetzt hier da muss ich doch ein bisschen buddeln ich kann Bomben schmeißen der Klassiker ja warum nicht ich dachte kurz ich habe irgendwas krasses entdeckt es waren Steine hallo immerhin Steine ja Steine brauche ich um Pfeile zu machen also nicht allzu schlecht ah da unten ist Tancen das ist doch schon mal gut da links schwimmt ein Jettyfish was heißt da ist eine Höhle dann hole ich mich mal nach links dann hole ich mich mal nach links Tubis dann wurde ich mich nach unten macht ja Sinn ja so ziemlich immer erstmal das mitnehmen was wir sehen richtig das ist wahrscheinlich gar nichts weil das hier nach einem Wasserbecken aussieht tatsächlich mehr ist es nicht wow das ist natürlich spannend für mich wie ich denn hier das Wasser raus bringe ich möchte halt gern einen Eingang nach unten haben damit wir quasi wenn wir später in die Hölle gehen einfach nur runter fahren müssen ach so das ist halt so der Trick an der Sache der Trick an der Sache funktioniert aber nur wenn ich den Japs auf jetzt hinein da hole ich mir die Dinger da mal ja mit denen kriege ich nämlich unter Wasser dann nicht das ist recht spannend wo werde ich die Scheiße denn jetzt los du findest schon eine Lösung ja muss ich ja ich glaube ich habe schon eine so Wasser fließt ab bis auf das kleine bisschen hier das ist aber an sich gar nicht schlecht wenn es hier bleibt was ist das denn jetzt hier eigentlich für eine Höhle wenn die ein bisschen größer wäre dann wäre ich sehr dankbar ja ich sag nichts sie ist nicht größer oder sie hat gerade aufgehört es war eine Vase je also alles was wir brauchen und noch mehr eine ganze Vase ich bin erstaunt ey ja ich auch Alter es sind nur solche Billo Höhlen die Eishöhle ist ja ziemlich riesig aber ja da ziehst du ja nicht mehr raus ne leider überhaupt nicht ich weiß schon dass ich wahrscheinlich an 50.000 Goldbarren vorbeigelaufen bin die einfach am Boden liegen aber oh je tanzen 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 ist gut was tanzen diesel oder benzin o Gott ja bitte den Grillen Zirpen so einfügen ja nein der war gut ich hör den Worm So, da kommen.